Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zusammen mit Marco Ferber begrüsse ich Sie recht herzlich zu NZZ-Standpunkte. Zwei Journalisten, ein Gast. Abenteurer, Menschen, die Grenzen ausloten, ausdehnen oder gar überschreiten, üben auf viele von uns eine besondere Faszination aus. Vielleicht, weil sie Dinge tun, von denen wir nur zu träumen wagen. Vielleicht, weil sie eine Art Gegenwelt setzen zu unserem ständigen Bemühen nach Sicherheit und Berechenbarkeit. Was aber treibt diese Menschen an? Wieso suchen sie immer wieder die Extreme, selbst wenn sie wissen, dass dies ihren Tod bedeuten könnte? Einer, der selber sein Leben als Leben am Limit bezeichnet, ist heute unser Gast. Es ist Reinhold Messner, der wohl bekannteste Extremperksteiger der Welt. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Messner, bei NZZ-Standpunkte. Grüß Gott. Herr Messner, der Slowene Tomasz Huma ist im November bei der Besteigung eines Gipfels im Himalaya tödlich verunglückt. Er war tagelang verletzt, man konnte ihn nicht retten. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie das gehört haben? Zuerst einmal, ich kannte ihn recht gut, ich habe ihn des Öfteren besucht. Er war so Ende der 90er Jahre der führende Höhenbergsteiger, also Spezialist für große Berge. Er hat die Daulagiri-Südwand, das ist eine 4000 Meter hohe Wand im Himalaya, im Alleingang erst bestiegen. Das war sozusagen sein Highlight und er ist in den letzten Jahren wiederholt in ähnliche Situationen gekommen, wie jetzt im Langtanggebiet, am Langtanglierung, so heißt dieser 7000er, an dem er zuerst einmal verscholden war und dann am Ende von Schweizer Rettern, Erzermatt, gefunden worden ist. Das Problem lag auch darin, dass er eine andere Route genommen hat als angegeben, dass seine Informationen, die er über Handy noch durchgegeben hat, nicht dementsprachen, was Sache war. Und wie das genau passiert ist, wissen wir leider nicht, aber es ist wieder ein Beweis dafür, dass diese Art der extremen Bergsteigerei lebensgefährlich ist. Das wissen wir natürlich alle, das wusste auch Hummer, aber ein Fehler reicht und dann ist es eben aus. Wenn Sie so etwas hören, ist da sich auch Trauer damit verbunden, nehme ich mal an, eben wenn Sie ihn gut gekannt haben, ist aber auch eine Form von Reflexion damit verbunden, dass Sie sich selber nochmal hinterfragen, hätte mir das jetzt auch passieren können? Also es ist eine Trauer damit verbunden, weil es doch ein Bergsteiger war, der mir sehr imponiert hat. Natürlich gilt diese Trauer in erster Linie oder das Mitleid der Familie. Er hatte ja Familie, er hatte Kinder, er hatte damit eine Verantwortung. Das ist dann immer schlimmer, als wenn ein alleinstehender Mann irgendwo sein Leben verloren hat. Aber natürlich, wenn ich das hinterfrage, komme ich auch zu Schlüssen. Natürlich hätte ich auch umkommen können. Es gibt ein paar Momente in meinem Leben, wo ich nur durch Glück überlebt habe. Vorsichtig war sicherlich der Hummer auch, aber er hatte in den letzten zehn Jahren sehr viel Druck. Den Druck hat er sich selber gemacht. Das heißt, durch diese heutige Möglichkeit, immer online zu sein mit seiner Kletterei, entsteht ein viel größerer Druck als früher, als wir einfach am Ende der Welt unterwegs waren und die Öffentlichkeit das gar nicht wahrnehmen konnte. Anschließend wurde sie informiert, aber anschließend waren wir schon in Sicherheit. Das heißt, wir waren wieder in der Zivilisation. Hummer hat am Nangababat etwas Ähnliches erlebt und hat das als großen Hype empfunden, dass er eine Woche lang in der Rupalwand hing und am Ende dann mit dem Hubschrauber gerettet wurde. Aber er hat mir persönlich dann unmittelbar danach erzählt, das war sein größter Erfolg, weil mehr Zugriffe auf seine Internetseite stattfanden als nach den Erfolgen. Das hat mich damals sehr stutzig gemacht. Ich habe auch dazu Stellung genommen in meinem Buch Westwand. Allerdings, da war Hummer noch am Leben und war irgendwo im Himalaya. Und jetzt passierte fast genau das Gleiche, nur mit dem Unterschied, dass diesmal der Hubschrauber zu spät kam. Sie haben vorhin die Verantwortung gegenüber seiner Familie angesprochen. Ich glaube, er hat zwei Kinder. Sie haben diese Nangababat-Geschichte, sie war im Jahr 2005, glaube ich, angesprochen. Da ist er nochmals knapp mit dem Leben davongekommen. Jeder andere würde in so einer Situation sagen, ich danke, ich mache nicht mehr weiter. Sie waren ja in einer ähnlichen Situation mal 1970, Nangababat, Ihr Bruder ist dort gestorben. Sie selber kamen mehr tot als lebendig, muss man sagen, runter. Und Sie haben trotzdem weitergemacht. Auch Sie hatten Familie, damals waren es Ihre Eltern. Wieso macht man in solchen Situationen weiter? Das Ganze ist nicht verteidigbar. Also es sind so viele dafür umgekommen, dass ich es nicht nach außen verteidigen kann. Natürlich, wenn ich selber Kinder habe, ist die Verantwortung größer, als wenn ich Eltern habe. Aber auch Eltern, die ein Kind am Ende der Welt verlieren. Also mein Bruder ist ja gestorben, ohne dass meine Eltern, vor allem die Mutter, ein Bild dazu hatte. Ich war der Einzige, der das erlebt hatte. Und damit war ich auch jener, der das am ehesten noch, ja sagen wir, verarbeiten konnte. Die Brüder haben sich schwerer getan. Ich habe ja auch nach dem Fund der Leiche eine Familienexpedition gemacht. Allerdings, die Eltern waren inzwischen tot. Aber 27 Leute aus dem Clan der Messner Familie, meine Brüder, ihre Frauen, die Kinder, sind dann zum Nangababat gezogen, um denen zu zeigen, wo das Ganze passiert ist. Aber zurück zu meinem Fall 1970. Wir waren vorher, und das sage ich sehr selbstkritisch, auch ein bisschen geklettert wie Jung Siegfried. Das heißt, ja, Bergsteigen ist gefährlich. Wir haben in den Alpen die verrücktesten Touren gemacht. Mein Bruder und ich haben zum Beispiel am Allger eine neue Route geklettert. Während eines Wettersturzes war auch nicht ohne. Aber wir hatten das Gefühl, wir kommen nicht um. Wir hatten das immer einigermaßen im Griff. Freunde von uns sind nicht zusammen mit uns beim Klettern, aber bei anderen Touren umgekommen. Und das war bitter. Das war eine harte Erfahrung. Aber es betraf uns nicht unmittelbar. Das heißt, die anderen kommen um, aber wir nicht. Bis eben von einer Minute zur nächsten auch mein Bruder tot war. Am Beginn sogar immer noch die Hoffnung bestand, dass ich ihn lebend finde, irgendwo am Fuße der Diamierwand, was nicht der Fall war. Und ich hatte natürlich nachher von den Eltern, von den Freunden, von meinen Brüdern, wir sind eine sehr große Familie gewesen, die Aufforderung, das zu lassen. Also meinen bürgerlichen Beruf fertig zu lernen. Ich war angehender Ingenieur. Also Ihre Mutter hätte gewünscht, dass Sie aufhören nach dieser Geschichte. Richtig, ja. Ja, vor allem auch der Vater. Obwohl der Vater vorher gedrängt hat, dass wir beide, mein Bruder und ich, zum Nanga Babad kommen, ursprünglich war nur ich vorgesehen, hat er anschließend mehr oder weniger erwartet, dass ich das ein für alle Mann aufgebe. Oder höchstens noch am Wochenende dann und dann zum Klettern gehe, nachdem das ja meine Leidenschaft war. Und der selber in den 30er Jahren, in der Zwischenkriegszeit, geklettert war. Also bis zu einem bestimmten Level. Aber ich hatte natürlich die Erkenntnis, ich kann mit dem Verzicht auf mein Können, auf meine Leidenschaft, auf das, was eigentlich meine Begeisterung war, meinen Bruder nicht lebendig machen. Es war auch klar, ich kann nicht mehr zurückgehen in die Felskletterei, weil ich dort nie mehr die Schwierigkeiten gemeistert hätte, ohne die Zehnen, die ich ja zum Teil amputiert gekriegt habe nach dem Nanga Babad, wäre ich nie mehr an den siebten, achten Schwierigkeitsgrad herangekommen, was ich damals in der Extremform, die ich erreicht hatte, leisten konnte. Und damit war das nicht mehr mein Spielfeld. Ich wurde dann ein Höhenbergsteiger. Ich habe genau das getan, wobei mein Bruder umgekommen ist. Und wurde darin ein Spezialist. Natürlich mit dieser großen Erfahrung, das Sterben geht sehr schnell. Es reicht ein kleiner Fehler. Natürlich kann ich immer Glück haben, aber ich habe nicht dreimal Glück. Und ich habe dann meine Expeditionen gemacht. Ich habe als Invalide hunderte Expeditionen gemacht. Ich habe es überlebt. Natürlich, weil ich generell ein vorsichtiger Mensch bin und weil meine Erfahrungen gewachsen sind. Ob das richtig war oder nicht, will ich nicht beurteilt sehen. Auch nicht vom Dritten. Ich habe es getan. Das ist eine Tatsache. Sie haben dann später eine eigene Familie gehabt. Ich weiss nicht, ob Ihre Frau Ihnen das je gesagt hat, aber angenommen, sie hätte Ihnen mal gesagt, Reinhold, ich halte das nicht mehr aus. Genug, hör auf. Was hätten Sie gesagt? Das kann ich nicht sagen. Sie hat es nicht getan, schlauerweise. Sie wusste, was die Antwort gewesen wäre. Nein, sie hat mir bei jeder Expedition, vor allem seit wir Kinder haben, die Kinder kamen ja relativ spät zum Glück, mein Testament hingelegt. Ich habe natürlich meine Sachen geregelt. Ich habe ja auch Versicherungen abgeschlossen für meine Kinder, weil ich auch ein praktischer Mensch bin. Ich bin bei jeder Expedition losgefahren mit dem Gefühl, ich komme wieder, oder das neue Gefühl. Nicht mit dem Wissen. Ich habe meine praktischen Angelegenheiten geregelt. Jetzt ist das Risiko, dass ich am Berg umkomme, relativ gering geworden. Jetzt ist das Risiko, dass ich pleite gehe, weil ich irgendeine verrückte Idee in die Welt umsetze, grösser. Aber auch das werde ich so lösen, wie ich es gelernt habe. Ich habe ja am Berg nicht nur mein Leben aufs Spiel gesetzt, wie viele meinen, und zwar nicht bewusst, sondern einfach rational, das Ganze überblickend. Ich habe ja auch nachher mit der gleichen Vehemenz meine Projekte umgesetzt. Ich bin nichts anderes als ein Umsetzer von Ideen. Ich habe Ideen und die setze ich in die Datum. Und das funktioniert immer gleich. Ich brauche eine starke Idee, ich brauche eine ganz klare Vorstellung von dem, was ich will. Dann brauche ich die richtigen Leute dafür. Peter Haberler beim Besteigen von Mount Everest oder den Arvid Fuchs, der ein guter Navigator war in der Antarktis. Ich brauche die Mittel, weil mir keine Bank Geld vorschiesst, wenn ich so etwas mache wie ein Museum oder vielleicht in Zukunft einen Film. Ich brauche eine Logistik dafür. Ich brauche oft monatelang, um das zu erarbeiten. Und dann gehe ich Punkt für Punkt vor, wie bei einer Bergtour, Schritt für Schritt nach oben. Was treibt Sie denn an oder was hat Sie angetrieben? Weil normal, in gängigen Terminen, ist das ja eigentlich nicht. Also über 8000 Meter hoch zu steigen, das ist ja eine ganz spezielle menschliche Erfahrung, körperliche Erfahrung. Warum? Also es ist ziemlich normal. Das ist eben für uns. Es ist für Außenstehende nicht normal. Es muss natürlich nicht sein. Es muss nicht sein, dass jemand den Mount Everest bestärkt ohne Maske oder jemand zum Nordpol marschiert oder jemand die Wüste Gobi doch quert. Das ist nur eine Möglichkeit. Aber diese Möglichkeit darf ausgeschöpft werden. Also Außenstehende sollten natürlich uns die Verantwortung lassen, aber nicht dieses Urteil abgeben, das sollte man eigentlich nicht tun. Weil dann ist am Ende die Frage, was wir überhaupt tun dürfen. Ist es besser, Autos zu bauen, als den Mount Everest zu besteigen? Das lasse ich dahingestellt sein. Also wir sind immer auf dieser Erde und haben die Möglichkeit, unser Leben zu leben, uns auszudrücken. Und es gibt eben Menschen, die drücken sich damit aus. Ein anderer schreibt ein Buch oder er macht eine Fernsehsendung. Es ist auch eine Möglichkeit, unsere Fähigkeiten, unsere Begeisterung auszuspielen. Und wenn ich diese Fähigkeit ganz langsam wachsen lasse, und sonst mache ich das nicht lange. Also wenn jemand ad hoc sagt, ich bin morgen in der Eiger-Nordwand, übermorgen bin ich am K2 und dann durchsteige ich die schwierigste Wand der Welt im Alleingang, dann lebt er schon nach der Eiger-Nordwand nicht mehr. Das ist nur möglich, wenn ich Schritt für Schritt wachse. Das heißt, ich kann mich ganz langsam steigern. Was gestern nicht möglich war, ist heute möglich. Und übermorgen ist noch etwas anderes möglich. Und ich tasse mich sozusagen an die Grenze heran. Und einige von uns haben dann für kurze Zeit das Leadership weltweit in diesem Spiel. Das ist ein Spiel, ein sehr gefährliches Spiel. Und da gibt es natürlich auch Rivalitäten und da gibt es Vergleiche, nicht konkrete Wettkämpfe zum Glück. Aber man weiß ganz genau, in den 80er Jahren, also ich würde sagen Ende 80er Jahre, war der Loretan der beste Höhenbergsteiger der Welt. So wie es heute Steve House ist aus Amerika. Wie es 99, ich nehme jetzt dieses Jahr 99, Thomas Schumer war. Und das erkennen die Fachleute alle an. Und das verführt natürlich zu sagen, jetzt habe ich das Leadership, jetzt gehe ich noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen weiter. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, es ist normal, einverstanden, nur ein Auto zu bauen oder ein Buch zu schreiben, ist nicht verbunden mit der Gefährdung des eigenen Lebens. Und das ist ja schon auch ein Teil, dass Sie eben an die Grenzen gehen, dass Sie, Sie haben es vorhin auch gesagt, Sie können von einer Minute zur anderen umkommen dabei. Das ist doch schon sehr speziell. Und ich gehe jetzt davon aus, es ist ja nicht eine Todessehnsucht, sondern es ist eigentlich eine Lebenssehnsucht, die man damit verbindet. Es ist eine Lebenssehnsucht, das ist richtig, aber provoziert eben an der Möglichkeit des Umkommens. Im Grunde kommen wir alle um. Natürlich kommen wir nicht um, wenn wir ein Buch schreiben oder beim Abendessen mit einem guten Glas Wein. Oder wir glauben dabei nicht umzukommen. Aber auch ein Schriftsteller, der vielleicht sich vergleicht mit Goethe oder mit Max Frisch oder wem auch immer, der kann auch unter Druck geraten und kann damit in eine psychische Krise kommen und kann vielleicht ein suizidgefährderter Mensch werden. Das wissen wir nicht, wenn wir nicht im Detail hinter die Kulissen schauen. Und ich bin ganz überzeugt davon, ein psychisch gesunder Bergsteiger, der eine ganz gesunde Angst hat, die er nicht unterdrückt, der wird wahrscheinlich nicht umkommen. Es ist nicht so gefährlich, wie es scheint, was wir tun. Es ist nur rational betrachtet möglich, dass ich eben in großer Höhe an Sauerstoffmangelsterbe einen Fehler mache. Und wir sind menschlich und machen Fehler. Dass ich vom Sturm, vom Grat geblasen werde, wenn ich dummerweise bei großer Windgeschwindigkeit auf einen Grat hinausgehe. Dass eine Wächte bricht. Alles Fehler. Dass der Stein mich trifft, wenn ich eine Route wähle, die nicht ganz steinschlagsicher ist. Dass eine Lawine ausgelöst wird. Dass vielleicht plötzlich mehr Schnee kommt als erwartet und dann die ganzen Hänge brechen und ich natürlich mittendrin bin. Die Möglichkeiten umzukommen sind unendlich viele. Die Kunst dabei ist eben nicht umzukommen. Und diese Kunst wird uns nicht nur beigebracht durch das schrittchenweise Lernen, sondern auch durch unsere Instinkte. Das heißt, wir gehen alle nicht in den Gefahrenraum blind links und sagen, wir gehen da hinauf und irgendwie wird es schon gut gehen. Ein solcher Bergsteiger lebt nicht lange. Da wird vor allem nicht ein Spitzenbergsteiger. Und die Spitzenbergsteiger sind alle umgekommen am Beginn der großen Karriere oder ganz am Ende. Und am Beginn kommen sie um, weil die Erfahrung fehlt, weil sie sich zu weit treiben oder treiben lassen. Und am Ende kommen sie um, weil ein Druck von außen kommt. Vor allem von den Medien. Thomas Hummer, Kukutschka, der nach mir alle 14 Nacht außen da bestiegen hat. Die haben alle dem Druck der Medien, der medialen Welt nachgegeben. Das heißt, eine breite Öffentlichkeit wünscht sich dann, dass dieser Held unter Anführungszeichen noch eins draufsetzt und noch eins draufsetzt. Und dem nachzugeben ist eben sehr gefährlich. Der selbstbestimmte Bergsteiger, der nur seinen eigenen Wünschen, Fähigkeiten nachgeht, hat das Risiko umzukommen, aber nicht viel mehr wie der brave Ingenieur, Journalist oder auch Geschäftsmann in der zivilisierten Welt. Sie waren wahrscheinlich der erste Popstar, der Extrembergsteiger und extrem in den Medien. Sie haben auch den Medien immer wieder Futter gegeben. Glauben Sie, Sie haben sich diesen Mediendruck entziehen können? Also ich glaube, dass ich in diesem Zusammenhang ein ganz radikales Leben geführt habe. Ich habe mich nie angebiedert an den Medien. Ich habe sehr viel Kritik ertragen, weil ich eben sozusagen immer gesagt habe, ich bin nicht deren Hampelmann. Und heute bin ich stolz darauf, dass ich von den Medien mehr oder weniger zur Persona non grata gestampelt worden bin. Ich sage jetzt nicht einzelne Medien. Aber ich habe mir eine ganz eigene Position erarbeitet, weil ich mich nie gemein gemacht habe. Mit wem auch immer. Es gibt keinen Journalisten, der sagen kann, der Messner ist mein Freund und ich mache dann die Messner-Geschichten, wenn irgendwas mit mir passiert. Es gibt einen sehr kritischen Blick auf meine Welt. Ich selber habe in meinen Büchern mehr oder weniger eine kritische Sicht nicht nur zugelassen, sondern provoziert. Und mit meinen provokanten Äußerungen, das Taschentuch ist meine Fahne oder ich mache das nicht für meine Landsleute, sondern ich mache das für mich, habe ich mir auch meine nächste Umgebung nicht gerade zu klakören gemacht, sondern ich habe eine kritische Sicht auf das Ganze zugelassen. Und ich glaube auch, dass der deutsch sprechende Alpinismus eine Notwendigkeit hatte, ein Korrektiv einzuschalten in den 70er, 80er, 90er Jahren, nachdem der heldische Alpinismus in erster Linie in den 30er Jahren aus der deutschen Bergsteigerschaft ausging. Wir müssen immerhin noch wissen, dass noch so von 1890 bis 1945 das Bergsteigen deutsch war. Und die Nazis sehr genau wussten, was sie mit diesen Bildern vom Bergsteiger, der bis zum Tod auf den Gipfel steigt, also der für ein fernes, hohes Ziel sein Leben opfert, der sozusagen aus... Dem Ruf des Berges folgt. Dem Ruf des Berges folgt, der aus Kameradschaft bei seinem sterbenden Expeditionsleiter bleibt, wo Befehl und Gehorsam sozusagen das System ist, das ist das Führersystem. Und dieses Bergsteigen war mir von Anfang an zuwider. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich mit 14, 15 Jahren, obwohl ich aus einem Berggebiet kam, wo man kaum gelesen hat und Fernsehen gab es auch nicht in meiner Kindheit, auf Paul Preuß kam. Paul Preuß war ein Wiener Jude, war von meiner Sicht her bis heute der gescheiteste Bergsteiger, den es je gegeben hat. Der hatte eine Arbeit geschrieben 1911. Der hatte großartige Erstbegehungen gemacht. Er ist schon 1913 abgestürzt, da ist er runtergefallen, beim Alleingang übrigens. Und der wurde in den 30er Jahren aus alten Schriften gestrichen, weil er eben nicht dem Bild der Deutschen als Jude entsprochen hat. Und ich kam zufällig zu diesem Mann und schrieb meinen ersten großen Aufsatz, Mord am Unmöglichen, sicherlich Bubertär und auf diese Preuß-Ideen aufgebaut. Und die Jugendfreundin von Paul Preuß war inzwischen 96 Jahre alt. Mit einer krakeligen Schrift hat sie mir einen Brief geschrieben. Jetzt erinnert sie sich mit meinen Aussagen an ihre Jugendliebe. Und sie hat mir dann am Ende, bevor sie gestorben ist, den Hammer geschenkt, dieses Paul Preuß. Und das ist sozusagen meine Wurzel geworden beim Rückblick auf das Bergsteigen. Und da bin ich sehr dankbar dafür, weil ohne diese zufällige Konstellation hätte ich nicht so scharf in die Vergangenheit zurückgeblickt, um zu wissen, was da zu korrigieren ist. Und es hat mir keine Lobreden eingetragen und keinen Applaus eingetragen, sondern eher Kritik eingetragen. Es hat mich gelehrt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Jetzt benötigt man natürlich aber irgendwo ja schon auch diese Öffentlichkeit, um das überhaupt machbar zu machen. Also eine Expedition in Mount Everest kostet auch sehr viel Geld. Sie brauchen irgendwo ja wahrscheinlich auch diese Öffentlichkeit, um überhaupt diese Form zum Beispiel von Sponsoren zu bekommen. Wie gehen Sie denn oder wie sind Sie mit diesen Zielkonflikten umgegangen? Natürlich brauche ich eine Öffentlichkeit. Ich kann das sonst nicht machen. Ich muss ja meine Sachen auch finanzieren. Und das ist nur möglich, wenn ich in der Öffentlichkeit Resonanz finde. Aber deswegen muss ich mich nicht anbiedern. Ich muss mich nicht gemein machen in diesen Geschichten. Ich habe erst vor einem halben Jahr einen Brief gekriegt von einem deutschen Fernsehjournalisten, der mir geschrieben hat, ohne uns wären Sie nichts. Und ich habe ihm geantwortet, das ist Emig daneben. Sie wissen, wer der Herr Emig war. Ein deutscher Fernsehjournalist, mit dem ich auch zu tun hatte. Und ich habe mich dagegen gewehrt. Der hat einfach zweitklassige Vereine angerufen oder anrufen lassen und gesagt, wenn ihr wollt, dass du ins Fernsehen kommst, ich habe die Macht dazu. Ich bin der Chef vom Sport, ich glaube in Hessen. Im Moment sitzt er im Gefängnis. Und wenn ihr wollt, dass ich über euch eine Stunde im Fernsehen mache, kostet das so und so viel unter der Hand. Und so ist das Ganze gelaufen. Und so läuft das vielfach. Und gerade bei diesen schönen Heftchen, die irgendwie so tun, als ob sie hinter die Kulissen leuchten würden, in Wirklichkeit ist das alles bezahlte Werbung. Und das zu durchschauen und das nicht als Mittel zum Bekanntwerden zu nutzen, gehört mit zu meiner Strategie. Also zu sagen, das Spiel mache ich nicht mit. Ich mache meine Sachen. Meine Sachen können beleuchtet werden. Meine Sachen können auch kritisiert werden. Es gibt ja die Meinungsfreiheit. Aber ich lasse mich nicht nutzen, um deren Spiel zu spielen. Sondern ich stehe in der Öffentlichkeit. Meine Familie nicht. Also wir halten die Familie völlig aus der Öffentlichkeit heraus. Ich lebe mit der Öffentlichkeit. Aber ich sage genau das, was ich denke und nicht das, was ein Journalist gerne hätte. Oder das, was die Masse von mir erwartet. Und da gibt es halt immer wieder Auseinandersetzungen. Aber das ist auch Teil meiner kulturellen Arbeit, das Bergsteigen oder das Abenteuer betreffen. Das Abenteuer ist nicht nur eine sportliche Tätigkeit. Das Abenteuer hat auch eine kulturelle Dimension. Es hat eine Historie, eine großartige Geschichte. Es gibt Literatur dazu. Es gibt Kunst dazu. Nicht nur Hodler hat die Berge gemalt und die Matterhorn-Besteigung nachempfunden in seinen Bildern. Es gibt eine Philosophie dazu. Und es gibt eben im Laufe der Zeit immer wieder interessante Persönlichkeiten, die das hintergründiger und hintergründiger beleuchtet haben. Und auch heute interessieren mich die Bergsteiger am meisten, die zu ihrem Tun auch die geistige Auseinandersetzung stellen. Die geistige Auseinandersetzung mit diesem Tun ist mir sehr wichtig. Herr Messner, wir haben jetzt darüber gesprochen, über das Bergsteigen, über Motivation. So steigen wir doch, versuchen wir etwas in diese Welt einzusteigen, diese etwas sinnlich zu machen, in der Sie groß geworden sind, die Sie berühmt gemacht wurden. Die Welt der Achttausender. Sie haben ja einmal gesagt, Extrembergsteigen ist das grosse Spiel der Leiden. Wir Otto-Normalverbrauchers, die nie auf diesen Höhen waren, können sich gar nicht so recht vorstellen, was dort oben das grosse Leiden ist, auch wie es dort aussieht. Wir haben eine ganz kurze Filmsequenz zusammengestellt, 1980s. Wir haben es auch schon erwähnt, das war die Besteigung zusammen mit Peter Habler auf den Himalaya ohne Saustoff. Wenn Sie es selber kurz kommentieren könnten. Also das ist knapp unter dem Hillary-Step, das heißt, ich filme von oben Peter Habler, wie er dem Hillary-Step nachkommt. Sie sehen, er greift dauernd auf den Kopf, er hat vermutlich Kopfweh, müsste ich ihn fragen, aber er hat sicher Kopfweh gehabt. In dieser Höhe, es ist höllisch kalt, es war damals 40 Grad minus, es war ein starker Sturm. Hier sind wir schon wieder beim Zurückkommen, das ist dann eine Befreiung, eine Erleichterung. Das ist übrigens drei Jahre vorher am Gaschebrum 1, wo wir das erste Mal im alten Stil auf einen 8000er gestiegen sind. Das war übrigens 1978 und nicht 1980, 1980 bin ich allein auf den Everest gestiegen. Aber kurz zusammengefasst, das Höhenbergsteigen ist ungemütlich. Das ist nicht schön. Das meinen die Leute nur, dass Matterhorn bestiegen haben, großartiger Rundblick vielleicht, ist ein starkes Erlebnis. Kann sein. Am Matterhorn wird das auch stimmen, obwohl es nur ein Schutthaufen ist. Also ein bröselnder Schutthaufen. Das Matterhorn ist ein ganz schottriger Berg. So schön, dass Matterhorn verdient. Ich habe ja mal gesagt, das Matterhorn ist im Grunde ein Symbol für die ganze Schweiz. Aber nicht böse gemeint, aber doch, man könnte schöne Bilder damit machen. Je höher ich hinaufgehe, umso ungemütlicher wird das. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, in 8000 Metern Höhe herumzusteigen. Es ist kalt, es ist gefährlich. Die sauerstoffarme Luft zwingt uns zum Hyperventilieren. Wir haben eine trockene Kehle oder sind verkühlt. Der Kopf tut weh, weil er nicht durchblutet ist und zu wenig Sauerstoff hinkommt. Die größte Fähigkeit, auf große Berge zu steigen, ist nicht die Kraft oder das Kletterkönnen oder die Ausdauer, sondern die Leidensfähigkeit. Deswegen tun es die Frauen auch leichter, große Berge zu besteigen, weil sie mehr Leidensfähigkeit haben als wir hypochondrischen Männer. Dann müsste es aber auch mehr Frauen auf diesen Bergen loben haben. Bisher hat es nicht so viele Frauen gegeben, weil die Frauen ja sehr spät zum Bergsteigen kamen. Also in der Schweiz, glaube ich, durften die Frauen erst Mitglied vom Altenklub werden. Ich weiß nicht wann. Also relativ spät sind die Frauen überhaupt ins Bergsteigen hineingenommen worden. Bergsteigen war eine Macho-Angelegenheit. Das gehört auch zur kritischen, zu kritisierenden Seite des Bergsteigens. Heute ist es frei. Heute wird weltweit berggestiegen. Frauen steigen Berg, Männer steigen Berg. Und im nächsten Jahr wird eine Frau alle 14 8000er bestiegen haben. Welche auch immer spielt auch keine Rolle. Aber es ist ein Beweis dafür, dass die Frauen das gleich gut können, wenn nicht besser als die Männer. Ist denn eigentlich der Everest ein schwieriger Berg? Also schwierig im bergsteigerischen Sinne? Der Mount Everest ist von Osten her über die Südwand ein schwieriger Berg. Aber es gibt die beiden normalen Routen. Jene, die Mallory 1924 nicht zu Ende geklettert ist, die dann von Chinesen erklettert worden ist. Erstmals nachweislich 75. Und die von Hilary Demsing bestiegen worden ist, die Schweizer vorher fast bis zum Gipfel gemeistert haben. Diese Routen sind relativ leicht. An der Südseite, Hilary-Route, ist nur das erste Stück schwierig. Der Eisbruch. Sehr gefährlich, auch sehr schwierig. Aber der wird heute von den Sherpas präpariert. Also der wird richtig so präpariert, dass man über eine Piste hinaufsteigen kann oder mit den Schieren herunterfahren kann. Und das ganze obere Stück dann auch. Das wird alles bis zum Gipfel präpariert wie ein Klettersteig. Und an der Nordseite passiert das Gleiche. An der Nordseite ist der untere Teil relativ leicht. Und der oberste Teil ist dann schwieriger, aber nur eine Passage. Ich frage deswegen auch, weil wenn Sie sagen, es geht primär eigentlich um Leiden oder um Erleiden, dass man hochkommt. Und gleichzeitig auch biologisch gesehen ihre Körperfunktionen eingeschränkt werden. Sie haben zu wenig Sauerstoff, sie sind geschwächt. Die Komplexität wird ja dann eigentlich noch komplexer. Das heisst, sie dürfen sich eigentlich technisch gesehen wirklich keine Fehler erlauben. Wie macht man das? Also kann man das üben, dass man eben dann in diesen Momenten immer noch den Knoten richtig schlägt, die richtigen Schritte macht? Richtig. Es ist nicht geübt, sondern es muss in Fleisch und Blut übergegangen sein. Das heisst, diese handwerklichen Tätigkeiten, die Geschicklichkeit, auch das sich selber beobachten, wie scharf kann ich noch denken? Bin ich noch fähig zu beurteilen, was da eigentlich passiert? Das muss so beherrscht werden, dass es auch im Schlaf, beim Aufwachen keinen Fehler mehr gibt. Und wenn heute erst große Mengen von Bergsteigern auf den Mount Everest kommen, nachdem diese Routen präpariert werden, ist es der Beweis dafür, dass es sehr wohl funktioniert, wenn alles vorbereitet ist. Wenn ich nur mehr meine Steigklemme in ein Fixseil einhänge und dann hochsteige. Aber wenn jemand auf sich selber gestellt, ohne Rückendeckung, ohne Lager, ohne Fixseile, da hinaufsteigt, ist es nach wie vor sehr schwierig. Loretan ist, glaube ich, ich weiß nicht wann es war, in den 80er Jahren, mit dem Trillet, die Nordwand, also die direkte Nordwand über das Hornpein-Coloire, einfach allein rauf und wieder runtergestiegen. Jeder für sich. Also es ist schon zu zweit. Und dann sind sie großteils am Ende am Hosenboden wieder runtergerutscht. Die waren, ich weiß nicht, 40 Stunden ununterbrochen unterwegs. Die haben nicht geschlafen, die haben sich mal zwei Stunden in eine kleine Schneehöhle gesetzt, um zu kochen, zu trinken. Und dann sind sie weitergestiegen. Die mussten jeden Handgriff im Traum, im Schlaf beherrschen. Sonst wären sie umgekommen. Weil die waren immer in Exposition. Wenn die irgendwo gerutscht wären, dann wären sie abgestürzt. Da gab es kein Seil, da gab es keine Route, da gab es keine Spur. Sondern sie mussten entscheiden, wo genau gehen wir, wo gehen wir rauf, wo gehen wir runter. Was passiert, wenn jetzt plötzlich Schneefall kommt, wenn Nebel einbricht. Die mussten, wollten, entscheiden, beurteilen, alles selber. Diese großen Massenaufstiege, wo die Leute zu Tausenden im Grunde dann sich in diese Seile einklinken und hochsteigen und wieder runtergebracht werden. Immer Sherpas dazwischen, die das Ganze kontrollieren, die sehr tüchtig geworden sind. Sind die besten Himalaya-Bergführer der Welt heute. Sind besser als unsere Bergführer in den Alpen für dieses Gebiet. Die sind mehr oder weniger Zombies, die da mehr oder weniger hoch daumeln. Aber das sei ihnen auch unbenommen. Ich habe nichts dagegen, dass die das tun. Nur ich würde es nie so machen. Und deswegen nenne ich auch heute den Alpinismus der heutigen Zeit Pistenalpinismus. 99 Prozent der Bergsteiger gehen heute nicht in Eigenregie, in Eigenverantwortung, in irgendeine Wand oder auf irgendeinen Berg. Sondern sie folgen einer Piste. Und wenn es im zwölften Schwierigkeitsgrad ist, wenn ich alle zwei Meter einen eingebohrten Stift in der Wand habe, sodass ich ihn nicht mehr runterfalten kann, folge ich diesen Stiften. Das ist eine vertikale, schwierige Piste. Aber runterfalten kann ich nicht. Und wenn ich von einem Berg nicht runterfalten kann, ist er kein Berg mehr, sondern eine Attrappe. Das heißt, es ist banal geworden, auch auf den Mount Everest zu steigen. Das ist unter diesen Umständen banal geworden, auf den Mount Everest zu steigen. Und das ist der Grund, dass Sie es nicht mehr machen. Und es ist trotzdem anstrengend, es ist trotzdem schwierig, es kommen trotzdem Leute um. Aber ich würde das nie machen. Es war nie mein Alpinismus. Mein Alpinismus fand dort statt, wo alle andere nicht hingehen. Und als diese Massenaufstiege begannen, habe ich mich von den großen Bergen verabschiedet und bin zu den Polen gegangen oder in die Wüste gegangen. Und ich habe am Südpol, also am Poljahr, habe ich Leute getroffen, sonst habe ich nie jemanden gesehen. Also diese Bilder, die man da so sieht vom Himalaya am Fusse des Everest, diese Massenlager, Zeltlager, dann diese Riesenmüllhalden, die dort entstehen. Ein ökologisches Problem. Oder eben wie die Leute da mit den Leitern nach oben klettern. Das haben Sie selber dann nie mehr erlebt. Nein, das habe ich nie gemacht. Denn ich habe Paul Preuß gelesen. Aber auch nicht erlebt. 1911 sagt, das Bergsteigen findet nur dort statt, wo keine Infrastrukturen reingebracht werden. Also wir brauchen natürlich für die Zivilisation Infrastrukturen. Das ist auch eine touristische Aussage, die ich jetzt mache. Und ich bin der Meinung, wir haben sehr wohl in den Alpen, im Himalaya, in den Anden das Recht, vom Tourismus zu leben. Also wir Südtiroler leben hauptsächlich heute vom Tourismus. Und dort, wo der Mensch immer schon gelebt hat, wo er Heu von der Alpen geholt hat, Holz aus dem Wald geholt hat, hat er natürlich diese Flächen genutzt. Und da soll er auch weiter tun, ob ich jetzt eine Schippiste schlage oder einen Kahlschlag mache, weil ich das Holz raushole, ich nutze einfach diese Fläche. Aber oberhalb der Schneegrenze, oberhalb der Karre in den Wänden, hat der Mensch früher nichts getan. Er hat nichts geholt. Das ist Drachland gewesen. Da ist er auch vernünftigerweise nicht hinaufgegangen. Und da bin ich eben der Meinung, sollten wir das weiterhin so halten und das Ganze ohne Infrastrukturen halten. Ohne Straßen, ohne Hütten, ohne Steige, ohne Umsetzer, ohne die Möglichkeit, das Handy zu nutzen. Und dann bleibt dort ein Gefahrenraum, wo jeder hinaufgehen kann, wenn er es beherrscht. Und wenn er es nicht beherrscht, kriegt er Angst und geht wieder herunter. Aber wenn wir natürlich auf das Matterhorn eine Seilbahn bauen würden oder innen einen Aufzug, dann machen wir das Matterhorn zu einem banalen Raum der Zivilisation. Aber was soll das eigentlich? Warum sollten wir das machen? Wir nehmen dem Matterhorn die gesamte Ausstrahlung weg. Es wäre nicht mehr das Matterhorn. Die Leute würden sagen, ja, ja, waren alle oben. Das ist nicht mehr das Matterhorn. Jetzt muss man aber fairerweise ja schon sagen, die Erstbesteigung des Mount Everest damals wäre zum Beispiel ohne die Hilfe zum Beispiel der Sherpas, dass die ja wirklich Hunderte von Kilo Material hochgetragen haben, wäre eigentlich nicht machbar gewesen. Das ist richtig, ja. Würden Sie dann ableiten davon, sie war zu früh, man war damals, also man hätte einfach warten müssen, bis man selber fähig wird, das selber zu machen. Oder würden Sie sagen, nee, das ist noch okay, aber daraus abgeleitet sind dann eben quasi der Massen, Tourismus ist erst nachher entstanden. Also zuerst einmal habe ich gar nicht das Recht zu sagen, das war okay oder nicht okay. Das ist die Historie. Aber damals in den 50er Jahren hat man einfach versucht, erstmals diese 8000er zu besteigen. Versucht hat man schon in den 20er Jahren, 30er Jahren. Die Ausrüstung war noch nicht gut genug. Die Bergsteiger waren gut, ausdauernd, aber die sind ja mit Nagelschuden, Wickelgermaschen und irgendwelchen Lodenjackets da hochgestiegen, wie Engländer. Und sind weit über 8000 Meter gekommen. Das waren sowieso die kühnsten Besteigungen. Also mein Respekt gilt in erster Linie dem Mallory, der 24 bis knapp unter dem Gipfel kam. Den Schweizern, die 52, natürlich mit Sherpa-Hilfe, aber sehr mutig, riesige Gletscherspalten überkletternd, bis knapp unter den Gipfel kamen. Aber es hat gerade nicht gereicht für den höchsten Punkt. Und dann kamen 53 die Engländer mit der damaligen Technologie. Die haben sich vorbereitet, wie später die Amerikaner, auf den Mondflug. Also die Sauerstoffausrüstung wurde in Unterdruckkammern getestet. Die haben medizinische Tests gemacht. Die hatten die besten Sherpas und sind hinaufgekommen. Riesige Leistung. Und hinaufgekommen sind sie am Ende nur, weil Hillary es gewagt hat. Weil die Engländer waren nicht mehr gewillt, einen zweiten Versuch zu machen, nachdem Bordillen und Evans gescheitert waren. Und Hillary hat eben diese Gabe gehabt, zu sagen, ich riskiere das trotzdem. Obwohl er nicht prädestiniert war für den Gipfelgang. Und er war so schlau, dass er genau wusste, dieser Sherpa da, der weder lesen noch schreiben konnte, ist motivierter als die Engländer und auch mutiger. Und mit dem Pickel und mit dem Steigeisen kann er gleich gut umgehen wie die Engländer. Also sind die zu zweit zum Gipfel gekommen. Ist ein riesiger Erfolg. Weil das erste Mal da hinaufgehen heißt, ins völlig Unbekannte steigen. Heute steigen wir nicht mehr ins Unbekannte. Peter Haveler und ich sind zwar physiologisch gesehen in unbekannte Räume gegangen, im obersten Teil. Wusste man nicht, geht's nicht. Also ohne Sauerstoff, meinen Sie? Wir wussten ganz genau, das ist der Gipfelgrad, das ist der Hillary-Step. Der Hillary hat das 1953 geklettert, also das ist für uns kein Problem. Den Hillary-Step können wir beide ohne Seil und ohne Sicherung klettern. Wir haben trotzdem ein Seil uns um den Bauch gebunden, aber war ein Performer. Aber das heisst, im 1953, der Mount Everest wurde eigentlich erobert. Das war das Ziel. Man wollte ihn letztlich auch durchaus national aufgeladen. Man wollte die Ersten sein. Das war ja auch ein Wettrennen. Sie haben ganz zum Beginn der Sendung gesagt, es ist auch ein Spiel. Ja. Auch wieder. Ja, aber wären Sie noch auf den Mount Everest gegangen, wenn vor Ihnen jemand ohne Sauerstoff oben gewesen wäre? Also ich hatte am Mount Everest sowieso ein anderes Projekt. Ich hatte am Mount Everest bis 1975. Sagen Sie aber nicht, es sei quasi ein Zufall gewesen, dass Sie dort oben gelandet sind. Nein, ich hätte den Everest sicherlich bestiegen, weil ich damals in den 70er Jahren fokussiert war auf diese neuen Zugänge zu den Achttausendern. Nach der Eroberung, das nenne ich Eroberungsalpinismus, der übrigens schon 150 Jahre in den Alpen stattgefunden hatte und dann sozusagen im Himalaya an den Achttausendern wiederkam, kam der Schwierigkeitsalpinismus. Und ich bin mit dem Schwierigkeitsalpinismus in den Himalaya gekommen. Das heißt, meine erste Tour im Himalaya war eine schwierige Wand, nicht an Nangaparbat. Ich wäre nie mitgegangen zum Nangaparbat, damals 70, wenn es nur darum gegangen wäre, die Poolroute von 53 zu wiederholen. Das war für mich Schneetreterei, das ist nicht Klettern. Ich war ein Kletterer. Aber es ging um die Ruppalwand, um die höchste Wand der Welt. Und das hat mich sozusagen motiviert, zu sagen, das ist ein neuer Zugang. Dann kam der nächste Schritt relativ schnell und den haben Peter Haberler und ich gesetzt, die Reduktion der Ausrüstung, also den Verzichtsalpinismus. Der hat davon gelebt, dass wir verzichtet haben. Und 1975 ist mir mit Peter Haberler erstmals gelungen, einen Achttausender so zu besteigen, wie das Matterhorn. Hingehen, raufsteigen, bivakieren, runtergehen. Und ich wollte das gleiche am Everest machen. Ich hatte schon 1973 einen Anlauf gemacht, zu Mount Everest zu kommen, um die Südwestwand zu machen, in diesem Stil mehr oder weniger, aus dem Tal des Schweigens. Und damals wäre ich bereit gewesen, für die Südwestwand auch Sauerstoffgeräte einzusetzen, weil ich es nicht für möglich hielt, eine schwierige Wand, zu zweit oder zu viert, ohne Sauerstoffgeräte am Mount Everest zu knacken. Und 1975 im Herbst, zwei Monate nach unserer Expedition am Gaschebrum, haben die Engländer die Südwestwand durchstiegen. Und damit war sie gemacht. Zwar mit Sauerstoff, aber sie war gemacht. Und dann kam die Idee, ich war in Salzburg, habe das in der Zeitung gelesen und habe dann gesagt, so, jetzt gibt es nur mal eine Möglichkeit, an Mount Everest zu versuchen, ohne Maske das Ganze zu machen. Und die nächste Möglichkeit war, Mount Everest, eine neue Route ohne Maske und ich habe es dann auch noch im Alleingang gemacht. Das war sozusagen dann das I-Tüpfchen auf das Ganze. Aber das heisst doch eigentlich, irgendein Rekord aufstellen, etwas machen, was die anderen noch nie gemacht haben, ist ein wesentlicher Antrieb, ein wesentliches Motiv. Aber nicht der Rekord. Sie sagen ja immer, ich war nie in dieser Rekorde involviert, das war mir nie wichtig. Nein, es hat nichts mit Rekord zu tun. Es ist das Umsetzen von Ideen. Das heisst, ich folge einer Idee, ich erfinde mir den Berg selber. Der Berg ist ja nur da. Ich kann den Berg besteigen, wo ich will und wie ich will. Sondern indem ich mir selber eine bestimmte Art und Weise vorgebe, wie ich das mache, habe ich eine Herausforderung. Meine Herausforderung am Mount Everest ist nicht die Besteigung des Gipfels, sondern jeweils Besteigung ohne Maske. Oder eine neue Route in der Monsoonzeit allein und ohne Maske. Mit Maske wäre ja das Ganze nicht gegangen. Nur mit der Erfahrung, es geht ohne Maske, konnte ich sagen, okay, dann geht es auch allein. Und dann ist das die Herausforderung. Das heisst, die Herausforderung erfinde ich. Ich gebe einen wesentlichen Teil dazu zum Mount Everest, um eine Herausforderung zu haben. Und dann schaue ich, ob meine Vorstellung deckungsgleich ist mit der Möglichkeit, mit dem, was ich dann tue. Also das ist der große Unterschied. Und heute würde ich sagen, dass 99 Prozent der Bergsteiger einfach auf dem Mount Everest stehen wollten und sich dann eine Tapferkeitsmedaille umhängen, Everest bestiegen. In unserer Zeit, also 70er, es war sehr schön, in den 70er Jahren waren drei Expeditionen im Himalaya. Und am Ende haben wir uns in Katmandu getroffen. Engländer, Parajapaner, wir, Partiroler, Partiroler waren da und dann später Dolore dann. Und dann hat man gesagt, wie ist es euch gegangen, ihr habt doch versucht, da die Annaburna-Kette zu überschreiten. Und dann wurde erzählt, heute treffen sich in Katmandu tausende Bergsteiger und die fragen sich alle nur, summited. Das heisst, warst du am Gipfel oder nicht? Wie, wo, was, ist völlig wurscht. Nur, warst du oben oder nicht? Gibt es für den Reinhard Messner heute auf dieser Welt noch einen Gipfel, den er noch nicht bezwungen hat, beziehungsweise einen Schwierigkeitsgrau oder eine Komplexitätsvergrösserung, die er eigentlich noch machen möchte? Ja, es gibt einige Ziele, die ich noch habe, aber die sind nicht in der Komplexität oder in der Schwierigkeit so groß, dass ich Zweifel habe, dass ich sie machen kann. Alles, was an der Grenze meiner Möglichkeiten lag, habe ich entweder gemacht oder ich bin daran gescheitert. Ich bin an einer ganzen Reihe von Problemen gescheitert. Daulagiri-Südwand oder Makalu-Südwand oder Lotse-Südwand zweimal sogar. Aber ich bin im Frühling wieder im Himalaya, um mir eine Berggeschichte anzuschauen. Aber ich werde nie mehr dorthin gehen, auch nicht in die Wüsten gehen, um selber noch einmal ein Schrittchen über das bisher Erreichte hinauszugehen. Warum nicht? Weil ich zu alt dafür bin. Das wäre so dumm, wenn ich heute versuchen würde, mich selber zu übertreffen oder mit der heutigen Bergsteigerwelt in irgendeiner Form im Wettbewerb zu treten. Ich habe auch gesagt, es war immer auch eine Dimension der Rivalität dabei. Und das ist auch schön und das ist auch gut so. Es hat sich auch darin gesteigert. Und dieses Beobachten, was tun die anderen, wie machen das die anderen, mache ich heute als Historiker. Also ich schreibe die Klettergeschichte fort, ich schreibe die Bergsteigergeschichte fort. Die habe ich schon geschrieben. Also setze ich einfach an und beobachte und rede mit denen, wie machen sie es und was machen sie. Ohne dass ich den geringsten Wunsch habe, das nachzumachen, was die heute machen. Das ist großartig. Also ich bin heute sehr glücklich über die kleine Schar von Bergsteigern, die sich völlig losgetrennt haben vom Pistenalpinismus. Und die klassisch, so wie Preuß oder so wie Wonatti oder auch ich selber, ihre Wege gehen. Und die das Bergsteigen immer wieder neu erfinden. Die Berge mit neuem Inhalt füllen, um eben wieder neue Herausforderungen zu haben. Aber meine Zugehensweise ist inzwischen eine andere. Das heißt, ich werde Erfahrungen mir weiterhin von den Bergen holen. Ich habe ja in einer dritten Phase, nachdem ich die höchsten Berge bestiegen hatte, nicht nur im Himalaya, sondern auch in den anderen Kontinenten, die heiligen Berge weltweit besucht. Um zu schauen, warum haben Einheimische vor Jahrtausenden diesen Berg und jenen zu einem wichtigen Platz gemacht und nicht vielleicht den schöneren daneben. Herr Messner, Sie bezeichnen sich ja selber als Grenzgänger, lieber als Abenteurer. Grenzgänger, wir haben über Grenzen gesprochen. Sie haben vorhin das Alter erwähnt. Sie stoßen jetzt dort an eine Grenze, an der wir alle stoßen, die biologischen Grenzen. Sie sind 65 geworden. Wie gehen Sie mit dieser Grenze um? Also es ist nicht einfach für unsere einen, ich spreche da nicht nur für mich, sondern für diese Clique, zurückzutreten, zurückzustecken. Wir waren ja gewohnt, alles machen zu können. Also es gab 20 Jahre meines Lebens, wo ich wusste, was ich mache, kann eigentlich kein anderer machen. Das ist ein gutes Gefühl. Und ich habe ja eine Herausforderung nach der anderen gefunden, gelungen, gescheitert, gelernt, wieder angesetzt, neu versucht. Eines schönen Tages habe ich gemerkt, ich bin langsamer. Meine Sinne sind nicht mehr so scharf. Meine Reflexe sind nicht mehr so schnell. Es ist vernünftig, zurückzustecken. Oder vielleicht das Ganze langsam aufzugeben. Ich habe ein Buch dazu geschrieben mit der Gobi, wo ich mir noch einmal eine sehr große Anstrengung zugetraut habe. Das war nicht gefährlich. Ich hätte nicht runterfallen können. Ich hätte theoretisch verdursten können. Aber das war eine logistische Frage. Die Einheimischen, diese Nomaden sind sehr großzügig. Ich hatte im Grunde keine großen Probleme. Abgesehen von der Tatsache, dass ich es eben nicht mehr geschafft habe, in der Geschwindigkeit, wie ich es in Erinnerung hatte, zu gehen mit einem 50-Kilogramm-Rucksack. Und das musste ich zum Teil haben, weil ich sonst das Wasser nicht hätte schleppen können. Wasser kann ich nicht reduzieren. Und ich brauchte drei und auch mehr Liter Wasser pro Tag. Damit ist die Rechnung einfach. Und rechnen kann ich immer noch. Also logistisch bin ich immer noch gleich gut wie früher. Aber ich habe einfach gemerkt, ich hänge jetzt an meinen Fähigkeiten. An der Ausdauer, an der Kraft, an der Geschwindigkeit des Gens, an der Geschicklichkeit. Und auch an meiner Sehstärke. Ich sehe immer noch gut. Ich kann immer noch eine Zeitung lesen ohne Brille. Aber ich sehe nicht mehr so scharf wie früher. Jetzt könnte man nicht sagen, der Intellekt hindert Sie daran, weitere Höchstleistungen noch für sich zu suchen. Man könnte ja eben sagen, das Alter könnte ja auch eine weitere Komplexität sein. Also, dass Sie der Älteste sein könnten, der auf den Mount Everest steigt. Ich habe überhaupt kein Interesse daran. Also, das, glaube ich, zeige ich, 70 jetzt, glaube ich, irgendwas, ein Japaner. Damit zeige ich, dass es mir auch nicht um den Rekord geht. Das wäre mir fürchterlich peinlich. Also, jetzt mit drei Sauerstoffflaschen am Rücken und zwei Scherpers, die vorn ziehen und drei die hinten schieben und mir die Füße in die Stapfen legen, bis die Bergführer bei schwächeren Klienten machen. Das wäre die reine Peinlichkeit. Aber die Berge werden für mich größer und die Wüsten werden für mich weiter. Ich habe mit fünf Jahren meinen ersten Dreitausender bestiegen und war vermutlich, kann ich mich nicht mehr erinnern, recht geschickt und sicher wurde ich dabei gelobt und deswegen ist vielleicht auch eine Begeisterung dafür entstanden. Wenn ich mit 80 oder 85, sollte ich so alt werden und relativ gesund bleiben, wieder auf den gleichen Dreitausender komme, mache ich die Erfahrung, wie anstrengend, und wie schwierig das für einen alten Herrn ist. Und diese Erfahrung ist gleich wertvoll, wie mit 35 am Gipfel des Everest stehen. Es könnte ja vielleicht auch andere Möglichkeiten der Grenzerfahrung geben, wenn man alt wird. Ja, aber auch, wenn ich jetzt ein Museum auf die Beine stelle, was ich getan habe mit fünf Häusern, und dann merke, wirtschaftlich gesehen ist das komplexer und schwieriger als eine Achttausender-Expedition zu organisieren. Ich muss auch dabei viel lernen, ich muss auch von den erfahrenen Leuten vieles abkupfern und Weg nehmen, um selber zu diesen Umsätzen zu kommen. Das macht mir im Grunde gleich viel Spaß und gleich viel, ja, auch Sorgen. Und in der Summe ist es nicht unendlich. Ich habe zum Glück, und ich glaube, das war meine Flucht aus dem Druck, nicht mehr ganz nach oben zu müssen oder nicht mehr ganz nach außen zu müssen. So mit 50 wurde mir diese Idee zugespielt von meinem Unterbewusstsein. Das ist ein Ausweg in eine andere Herausforderung. Und nächstes Jahr mache ich das Museum fertig oder vielleicht 2011 im Frühling auf, das ist noch nicht ganz sicher. Dann braucht noch vielleicht dieses komplexe Gebilde ein Jahr lang meine Betreuung. Und dann machen das junge Museumsleute. Und ich gebe das ab. Ich bin kein Verwalter. Und dann suche ich mir eine neue Herausforderung, aber sicherlich nicht in der Wildnis, sondern wieder in der kulturellen Auseinandersetzung mit dem Tun. Aber irgendwo drückt Sie das Alter schon? Verstehe ich das recht? Nein, es drückt mich nicht. Ich lebe ganz gut damit. Also ich sollte mir vielleicht mehr Zeit nehmen heute zum aktiven Bergsteigen. Ich habe ja in der Zwischenzeit, also zwischen 20 und 65, einen sehr guten Rhythmus gefunden. Ich war auf Expedition, kam nach Hause, habe 30 Vorträge gehalten, habe meine Kasse wieder gefüllt und war wieder unterwegs. Oder ich war zwei Monate daheim und bin in diesem einen Monat zur Hälfte berggestiegen und zur Hälfte habe ich ein Buch geschrieben. Heute habe ich so viele Möglichkeiten des öffentlichen Auftritts, des Schaffens an einem Film. Ich habe jetzt ein Jahr lang mit dem Filsmeier, einem deutschen Regisseur, an einem Film gearbeitet. Mehr als Schüler als als Macher. Ich war nicht der Filmemacher, das hat er getan. Aber ich habe sehr viel dabei gelernt und ich war nur dabei, weil mich das interessiert hat, wie funktioniert das Ganze praktisch gesehen. Und dabei sitze ich im Grunde zu viel. Und ich müsste heute mehr draußen sein, mehr gehen als in jungen Jahren, weil ich natürlich auch merke, dass ich meine Form, meine Geschicklichkeit schneller verliere, wenn ich wenig tue, wenn ich wenig gefordert bin. Aber jetzt bin ich eben geistig gefordert und die Möglichkeiten sind unendlich viele. Und deswegen bin ich vielleicht zu sehr noch in diesen Studios unterwegs und zu wenig am Matterhorn oder am Eiger. Gut, dann wünschen wir Ihnen diese Zeit, um etwas mehr zu gehen. Herr Messner, recht herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das war NZZ Stammpunkte, zwei Journalisten, ein Gast. Sie können diese Sendung wie immer auch im Internet sehen unter www.nzz.ch. Und unseren nächsten Gast empfangen wir hier wieder in vier Wochen. Es wäre schön, Sie wären auch dann wieder dabei. Auf Wiedersehen.